Das ist das letzte Video für den heutigen Tag von L.A. Noire. Wir sind am Jungle Drums Set, wo ein toller Filmbetrieb wird offenbar. Mit Jungle Drums. Wir schnacken dir. Wir machen das selbe. Stop, L.A.P.D. Wir versuchen dir zu helfen, Bishop. Das ist der Bösewicht. Wer macht denn die Kinderpons? Hier? Ja, ne? Wer ist eine blöde Schlange? Die ist da mit unter einer Decke. Aber was ist der Mann von der blöden Schlange? Mac Effy? Filmproduzent. Nee, der ist ein Antivirenproduzent. Nee, der ist ein Antivirenproduzent. Nein, hier, Bishop ist Filmpolizent. Aber Mac Effy doch nicht. Mac Effy ist der Mann von der Frau, die schaust mir. Das ist mir wirklich. Das ist ein Antivirenprogramm. Wirenprogramm. Ah, die Wirenprogramm. Und das hast du gesagt? Nein, das hast du gesagt. Nein, das ist halt nur... Mann, das spielt aus dem 41 oder so! Und die Tick der kleinen Schritte ist natürlich. Und die Tick. Das ist Assassin's Creed jetzt. Assassin's Creed der kleinen Schritte. Der Mann hat das alles gemacht. Ich erinnere mich an einen Schaden. Dann bin ich immer wieder abgestützt. Warum stützt du immer nur einen, wenn ich da rüberlaufe? Weil es ist eigentlich ganz gut so hoch und eigentlich anders hoch. Nein, jetzt ist es anders hoch. Die Bautschüsse am Boden. Das Spiel hat ihm vorher die Spielmechanik erklärt. Dass der Boden wegfallen kann. Ja. Ich dachte gerade jetzt haben wir unser ganzen Kram verloren. Den wir gesammelt haben. Seitdem wir jetzt in Tuba hausen. Das haben wir aber gar nicht. Nein. Kein Glück. Oh nein, jetzt kommen wieder hier die kleinen Schritte. Wo wollen die eigentlich immer hin, wenn die immer oben rauf fliegen? Das verstehe ich ja immer nicht so richtig. Ja. Die war es eben erfolgreich. Das stimmt. Die sind ja immer auf X. Wackelig. It's us on the cabin. Boys, your choice. What the hell? Ich freue, dass man die Abfalle immer erkennen kann, weil die anders aussieht. Hands in the air, Bishop. Move another inch if you're dead. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. All right. I'll come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAvee's goons will too. Oh. We need, we need to get out here. Ewe? You stay close. Any tricks? I'll save McAvee's boys the trouble. Follow me. I know another way out. Check's langsam. Er hat, er hat Scheiße gebaut. Also er hat diesen ganzen Krack gemacht. Aber jetzt hat er sich mal mit der Fall schon angelegt, nämlich mit dem Gerippe. Outro. Ich höre nicht. Was ist das? Was ist das? Das ist das Weg. Das ist das Weg. Für Gott sei! Ich will nicht sterben! LAPD Wir machen eine große Weg. Das ist das nicht nur das nicht. Es ist... Es ist nicht nur das Weg. Es ist nicht nur das Weg. Du bist weggefallen. Was machst du denn da? Ich habe die Karte genommen. Das war genau. Das war genau. Ja. Ja. Er hat leider automatisch gezielt. Was soll ich tun? Oder machen wir auch tun? Geil. Nichts. Nichts! Nichts! Er ist tot. Das war's. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben hier. Oh. Das ist wirklich gut. Es ist alles gut. Das 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 ist alles gut. Was ist das? Die andere Waffen nicht geiler? Das ist ja so ein Scharschuss. Auch ganz cool. Weil nur ein endlich Schuss. Ja. Ja. Die Dön. Ha. Ja. Ja, haben wir noch mehr oder was? Moment, wir haben was zu tun. Achso, du stehst immer noch hin. Na gut, das wäre lieber geschehen. Okay, this way! Come on, let's keep moving! Come on, come on, come on! Da kommen wir später. Ja, ich habe die Punkte gesehen auf der Karte. Schieß doch! Du hättest früher schießen können. Und jetzt hättest du auch schießen können. Let's go! Stay with me! Das war das super geil, Emdi. Noch mal! Nein, bitte, Ecke tuken! Und schieß doch mal in die Ecke und zum Ziel. Haha, das ist so gut. Ja! Ja! Das ist ein cooler Move! Alright, let's go! Du musst runter, fahr hier nach unten. Check das. Treppe runter. Bitte fahr hier nach unten. Bitte? Auf dem Symbol? Hier ist noch eine Leiter. Da ist lieber GTA. Da ist eine Treppe! Links! Nein! Zu uns! Zu uns! Rechts! Das ist genug! Hä? Hier war da eine. Ich bin schon, dass... Die weggespielt. Haha! Weggespielt! Die weggespielt! Also hier geht gar nicht. Ja! Das ist ein Leiter. Das ist ein Leiter. Dann gehst du ja rasch die Hitler. Guck mal! Von dir hat sich immer die Waffe fliegt, die halt zieht. Der hat mich? Die Hitler? Haha! Aber schick mir! Hitler zieht sich die Waffe durch die halt. So nenne ich das Video besser nicht. Dann zieh mir nur diese ganzen... Was? Die Krise! Die Krise! Was? Die Krise! Haha! Die Krise! Die Krise! Die Krise! Die Krise! Die Krise! Oh, der versucht doch ein bisschen zu fliehen jetzt! Was? Da hat er irgendwo geschmackt. Ja! Wie ist das schon? Ich glaube... Ich muss irgendwas machen, was anders ist. Ich dachte... Er covert uns und ich muss hier den bösen Idioten retten, weil der flieht. Aber er ist gar nicht geflohen. Dann war ich plötzlich mitten im Gemenge. Da hast du doch nichts unternehmt, um da rauszukommen. Nee, vielleicht hat er ein bisschen geschossen. Hörst du die Fässer am Fuß der Elefantenstatue? Nein. Aber gut. Das ging aber schnell. Noch mal die Leiter klettern. Vielleicht sollten wir wohl nächstes Mal irgendwas spüren, was du auch wirklich wissen kannst. Ja. Klavier. Ich weiß auch immer noch nicht, auf welchen Klockner schießt. Schießt immer noch wegen Klockner. Ich glaub gar nicht. Ich hab doch. Ich hab ja nicht mal einen Huckel in der Ecke gehabt. Das ist doch nur was. Ja. Alles klar. Das war's. Das war das Unfall, oder? Nein. Ich habe es gesehen. Wirklich. Uncharted. Uncharted. Und noch mehr. Ist das wirklich die Beste, die wir haben? Ist das wirklich die Defense von Gott? Ja. Warum ziehst du denn weg? Ich habe gesagt, dass wir alle zerstehen. Warum hast du eigentlich die Waffe? Ja. Pistolen, oder? Ich habe sie auch. Wir haben vergessen, die Anzeige und die Munition und das HOT zu programmieren. Beide oberste. Ich werde aufhören. Ja. Und dafür tust du dich als Schöhe. Schöhe. Ich werde jetzt die Waffe aufnehmen können. Wolltest du schon weg? Ja. Viele. 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 Wir sind in den Fahrrad. Ich kann dir hierher beherücken. Du bist knapp oder da! Ne? Sieh. Haben Sie aufhören? Auch weg. Okay. X-Men! Sie haben zwar alles auf dem Falsch gemacht, aber trotzdem lobe ich Sie über den grünen Klee. Aber im Klassen werden wir nicht befördert. Sieht mich aus wie Chirurgie, sieht der Chef. Ich meine gar nicht Chirurgie. Ich habe mich gewandert. Da bringe ich mal einen Klaus-Dienst. Na ja. Guck mal, das ist der drohte Sittentyp. Phelps, Bukowski, ist das dein Arbeit? Kann ich dir helfen, Detective? Entschuldigung, Cab, ich habe dich nicht gesehen. Ja, ich glaube, ich habe dich nicht gesehen. Das ist ein Traffik-Case. Du brauchst etwas? Ich bin hier, um einen Drink für die zwei LAPD-Traffik-Cops, die die Brüche von Guy McAfee und ich bin hier, um einen Klaus-Dienst. Aber ich meine, Klaus Kinski ist der Wichser von Oliver Kalko. Da spielen er noch 100, der war schon tot. Ja, aber da ist noch 100 Typ, der aussieht wie Klaus Kinski. Der hat auch so einen Hut aus. Schmierl, 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 ich weiß nicht. Wirklich, Schmierl. Und das ist ein Jacket gut. Ah, ja. Er hat aber einen Umgangston, der wird einem Geist sympathisch gemacht. Das ist der Typ, der Psychiater. Was? Oh, Maike Matzen. Nicht Maike Matzen. Mats Mückelsen. Maike Mats Mückelsen. Er war mein bester Freund. Der einzige Mann, der mich liebt, ohne seine Hände auf mich. Hi, Elsa. Hier ist jemanden, den ich dich treffen würde. Cole Phelps. War-Heroin und Krime-Fighter-Extraordinaire. Und warum würde ich einen anderen Faschisten von der L.A.B.B. treffen? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place. German? German junkie whore. Ja, sie heißt Elsa. Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis. Doc, that's where? Doctor. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine. Doctor of the stars. Mr. Fix it in the mental wreckage of Hollywood. So what about that drink, boys? Who is the man from the newspaper? Mads Mikkelsen. I'm gonna have to give you a little experience. I'm gonna have to give you a little bit of sleep. I'm gonna have to give you a little bit of sleep. Geist voll. Sicher länger aufgehalten. Ach, dumm Mist. Das ist ja das ganz, ganz unterhaltsame Spiel, wo wir richtig gute Laune haben. Ja, wie du gesagt hast, über Mario World. Da spricht 0,0x dagegen. Oh, oh, oh. Oh, oh, let's deal. Oh, Alter. Hallo. Du bist befördert, aber immer noch in seinem Klassenraum. Ach so. Wie bist du das jetzt? Bist du so beeitert? In den sechs Wochen dann? Das ist der Typ, der in den Ruhestand geht. Der 25 Jahre Polizei bleibt. Ach so, in sechs Monaten steht immer noch was selber an der Tafel? Ich dachte, das wäre so eine Umschreibung für, er ist tot. Also, wo der Ort ist, oder? Ich bin beim Homicide jetzt. Ja. Der fine Lawman of the Old School will be taking you under his wing. Was ist das für mein Bro? Ihr erste Case ist der Pounder von einem Bogen, found last night and bearing all the signs of the Werewolf. Get out to the scene, lads. Weißt du, so war früher wirklich Polizei, Arbeit? Ich glaube, das ist hier heute noch. Wenn du die Abteilung abgestaltest, ist die Straßenverhandlung, würde ich, dass Polizier ein Verbrechen wieder nehmen kann. Ja, ich will einen Homicide machen. Okay, meine Angroten, sie können folgendes Verbrechen begehen. Ja, übernehme ich. Das heißt, da kann ich denen jetzt auch noch durch die Stadt fahren und so random Verbrechen aufklären. Wahrscheinlich sind das immer irgendwelche doofen Verfolgungsjagden oder so. Ja. Oder klau diesen Wagen und bring ihn da zum Drogenhandel. Würdest du auf jeden Fall irgendwie verlassen? Es ist gespeichert, ne? Ich hoffe. Jetzt müssen wir gleich wieder bei Lipstick-Jungle anfangen. L.A. Noire, was für ein Spiel. Vielen Dank für nix. Oh Mann! Das ist das Ganze aus dem tiefen Teil der Tränen. Tränen. Ja, gut. Bei dir ist aber...